ich denke es kommt zu einer kleinen folge oder auch nicht schnecke ich wusste dass das für schlange ist aber man ich wollte jetzt gerade gary bau von sport keinem plan was ich hier bauen kann ich auch nicht das ist problem doch ich habe schon mal ein video gesehen und wer aber ich kann sich nachbauen weil es einfach zu schiffen mein leben ist wahrscheinlich wahrscheinlich schon was das so ungefähr war das mal kurz doch an sich geht das vor aber hier das muss weg die minuten nur noch gut das ist ja eigentlich noch irgendwie einiges machen wir hier noch so also quadratschädel würden wir jetzt niemandem wünschen wie macht man die zähne von der schlange ich habe mich gerade echt wie man das machen soll timo war es sehr schön wenn du mal ein bisschen was mehr reden könnte ist halt bei press warum ab und deabonniert was man sein kanal habe ich jetzt schon wieder getan ist gerade erst noch beleidigt davon dass gerade die letzte runde gewonnen habe könnte gerne auch aufnahme hat ja das ich weiß nicht ob die vor oder nach dem part kommt das ist steht noch in den sternen boah ist das hässliche schlange boah ist das hässliche schlange geht das ja nicht ich glaube irgendwie doch okay obwohl sagen wir mal so hässlicher wie du wirst du ja da hast du irgendwie ja schon recht ich glaube entweder baue ich gerade was komplett behinderte oder irgendetwas was eigentlich für gut ist ich bin mir echt nicht sicher was ich das behindert aus mal müssen sagen wir mal so und so hier noch mal grün schwarz grün mal sagen wir mal jemand noch so nee nee das passt nicht kann man die hier unten hin machen die zwei minuten ich habe noch nie eine schlange gebaut ist mein problem also sieht das schon echt scheiße aus oder ich mache es halt warte mal so den da unten hin ach komm jolo wie juckt es äh ich hätte sowieso gewinnt weil ich so jolo-kriegegeben mäßigkeit bin äh so jetzt machen wir mal kurz ich habe an sich eine echt gute Idee das hat den letzten Video schon gesagt ah die Idee vielleicht ein bisschen besser ok irgendwo sind nochmal Setzlinge die suche ich nämlich auch gerade gibt es doch einfach ein ähm Bumpenbaum Setzlinge und wie heißt das andere nochmal wo man die Erwachsen lassen kann ja genau genau das äh der Wippen äh gut jetzt ist nur die Frage an sich an sich ist meine Idee auch eigentlich ganz gut aber die ist halt so ein bisschen zu eintönig da fehlt irgendwie der Pepp dahinter ach der will wieder nicht wachsen ey diese Bäume die einfach nicht wachsen wollen das ist echt so aber immer noch einen hin ähm was nur noch 30 Sekunden ich weiß ich noch was anderes bauen oh äh ja gut dann hat sich das wohl erledigt wieso kann man den nicht mal auf dem Boden setzen man könnte auch mal Knochenbeer auf dem Boden setzen aber auch was das ist wegen das macht ich gerade anders an Herr wie es ist einfach Kassel oder was ja ja wie gewohnt man das denn krass aber nicht nur Gras so scheißegal ist jetzt ist nur Gras mit zur Verschönerung nein wird mein Untergrund dann noch ändert zu Gras na ja ja das ist mir schon klar nein Teil des Abstands auch okay okay ich weiß ja nicht ich auch nicht ist so schlecht finde ich sogar gar nicht eigentlich auch doch das schaffst du wow krass wird im schicke ich noch mal auf englisch und explodiert schlangen so du hast schlangen in die die ist eigentlich verniedlich die ist eigentlich verniedlich die kriegt ein gut die kriegt echt ein gut das ist ja so ne ne das ist ein gut oder richtig verfickte Schlange die richtig blatt gedrückt wurde ja die wurde von einem Elefanten niedergetrampelt echt so äh Jenna Bee ha 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 ich muss kurz was trinken ist Prozent 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 Haltex bei Arne das Wasser Prozent die ist Timo das bist du ein die Kriegten gut von mir von mir als die 60 voll schön das bist du safe war mir klar du hast mir genau meine Idee geklaut und meine ist besser ausgeführt Timo 1.000 Euro ich habe fast das gleich gebaut wie du nur das meins viel schöner aussieht müsste gleich sehen ohne scheiß jetzt das liegt zwar gerade richtig selbstverdient aber meins sieht besser aus ich werde das schon wieder gewinnt und es wird nein also für mich war richtig schlecht ich lange war zwar mega hässlich weil diese komische kanten drin hatte aber guck mal Timo du hast das safe verloren Timo du hast du ey ich hab dir auch gut gegeben die ist ja so schlecht ich hab dir auch ich hab das noch safe gewonnen alter also bis jetzt bis jetzt war nichts dabei was aber die ist okay die ist eigentlich gar nicht so hässlich doch du kannst du noch dieses Spiel Snake wo man auf den alten Nokia Handy spielen konnte genau doch genau genau so sieht die Schlange aus nur eben dass die halt noch ganz klein ist und sich erst noch voll fressen muss 1,2,3 morgens und du darfst du lass es lass es lass es ja die machen liebe das Kind da meiser bleeding da bin ich schon wieder drauf gestanden ja boi ich glaube ich glaube auch da sind auch diese explosionsdinger da da schulzen auch mal epic gamer also bis jetzt habe ich glaube ich gewonnen wie viel gibt es denn die eigenen hamburger okay das kriegt von mir in der amazing obwohl dann kriegt es nicht das ist so das sind diese deutschen die einfach zu blöd in englisch zu verstehen ich habe gesagt was niemals was was als ob das besser war wie meins aber als ob das besser war als meins ist so aber die war eigentlich doch voll niedlich aber als ob das besser war ach man jetzt bin ich beleidigt Leute egal ich würde sagen bis zum nächsten mal und tschüss bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal